Hey Leute, heute gibt es mal ein paar neue News. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es mal kein spannendes Tutorial, sondern einfach ein paar Informationen. Und zwar hat sich in letzter Zeit einiges verändert und es wird sich in naher Zukunft auch einiges verändern. Und deswegen wollte ich euch das einfach mal erzählen. Nummer eins, ich bin fast fertig mit meinem Studium. Was heißt, in naher Zukunft beginne ich mit meiner Masterthesis, was auch wiederum bedeutet, dass ich einfach viel weniger Zeit haben werde. Das bedeutet für diesen Channel, dass es durchaus passieren könnte, dass mehrfach einfach mal ein Video an einem Sonntag fehlt. Dann ist es einfach so, dass ich diese Woche einfach viel zu wenig Zeit hatte, um etwas zu machen. Und das, wie gesagt, kann durchaus passieren. Nicht wundern, einfach eine Woche warten dann in dem Moment. Das kann ich letztlich leider noch nicht sagen, wie stark sich das auf diesen Channel auswirken wird. Aber die Masterthesis ist nun mal Prio Nummer eins in dem Moment. Und deswegen werde ich da meine ganze Zeit rein investieren. Die zweite wichtige Information, die kommt, ist, letzte Woche wurde ich von vielen von euch angeschrieben. Was heißt, wo ist die Live-Demo, wo kann ich den Code für das Video downloaden oder sonst irgendwas in diese Richtung. Auf Twitter, auf Discord, auf YouTube, überall. Und das hat damit zu tun gehabt, dass ich meine Webseite offline genommen habe. Was heißt, jeder, der von euch meine Webseite kannte und jetzt auf meine Webseite geht, der wird dort eine einfache Filler-Seite finden. Und alle Tutorials werden auf eine aktuell noch weiße, im Laufe des Tages sollte ich hoffentlich fertig kriegen, eine 404-Seite verlinkt. Was heißt, die sind nicht mehr auf meine Webseite zur Verfügung im Prinzip. Was heißt, jeder von euch, der sich irgendwas gebookmarkt hat, der Link wird nicht mehr funktionieren. Grundsätzlich bedeutet das aber auch, dass alle Videos jetzt auf CodePen sind. Was heißt, alle Beispiele, alle Tutorials, die ich gemacht habe, jetzt ist gerade das Licht heller geworden, sind im Prinzip jetzt auf CodePen und dort könnt ihr die Live-Demos angucken. Ich habe alle Videos, jeden einzelnen Link in jedem Video kontrolliert, ob die noch funktionieren. Ich habe sie überarbeitet, ich habe sie auf CodePen gepackt, habe sie da kontrolliert, dort neu formatiert. Und zwar ist es eine Heidenarbeit und wenn ihr das angucken möchtet, unter der Videobeschreibung ganz oben ist relativ weit ein Link zu CodePen. Dort könnt ihr einfach drauf gucken und alle Live-Demos im Prinzip ansehen und bearbeiten. Und in Zukunft werden im Prinzip alle Videos auch dort veröffentlicht. Was heißt, alle Live-Demos werden auf CodePen gezeigt und ich werde in Zukunft SAS, JavaScript, ES6 nutzen und kein CSS, so normales JavaScript mehr. Das hat einfach den Grund, dass das ein bisschen outdated ist und CodePen einfach die Möglichkeit bietet, sehr einfach so etwas wie beispielsweise SAS zu nutzen. Und deswegen werde ich das in Zukunft tun. Für jeden von euch, der mit SAS nicht arbeitet und in der Videobeschreibung werde ich in Zukunft bei jedem Video, wo es benötigt wird, schreiben, wie man SAS installiert und wie man ES6 nutzt beziehungsweise in, ich glaube, nächster Woche kommt ein Video, wie man in 2018 sich eine richtig coole und sehr einfache Entwicklungsumgebung zusammenschustern kann. Und wenn ihr das im Prinzip anguckt, das Video, könnt ihr alle zukünftigen Videos mit SAS und mit JavaScript ES6 wunderbar nutzen. Das Video werde ich dann in Zukunft auch unter jedes meiner Videos verlinken. Grundsätzlich war es das dazu. Und die dritte Neuigkeit ist, es wird ein, beziehungsweise es wird zwei neue Video reingeben. Nummer eins, eine normale Remake-Reihe, wie ich eine Webseite baue im Jahr 2018. Was heißt, von der Einrichtung der Entwicklungsumgebung bis hin zur fertigen Webseite und wie ich sie auf den Server lade, werde ich im Prinzip einmal das durchgehen, mit euch durchkauen im Prinzip. Das wird sehr lang. Das werden wahrscheinlich, wie ich es aktuell plane, wahrscheinlich zehn Videos. Aber viele von euch möchten das, beziehungsweise wünschten sich das, wie die Umfrage auf dem Community Hub ergeben hat. Und das Zweite ist, es wird in naher Zukunft eine Kooperation geben. Da arbeite ich gerade dran. Noch steht noch nichts 100%ig fest. Noch ist kein richtiges Video produziert. Aber wenn es das alles klappt und alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann wird es wahrscheinlich ziemlich cool. Und es wird ein Themenbereich abdecken, der auf diesem Channel noch nicht ganz so stark behandelt wurde. Was heißt, freut euch drauf. Grundsätzlich war es das von meiner Seite. Wenn ihr selbst noch was sagen wollt. Was heißt, wenn ihr Fragen habt, Probleme oder einfach euren Statement zu diesen News geben wollt, einfach unter die Videobeschreibung in die Kommentare schreiben. Ein Like hinterlassen, falls es euch gefallen hat oder ein Dislike, falls ihr es nicht so mochtet. Ansonsten geht es nächste Woche weiter mit einem neuen Tutorial. Wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr aber unten in der Videobeschreibung natürlich auch Facebook, Twitter, Instagram und natürlich Amazon Affiliate, wo ihr einfach irgendwas kaufen könnt, wenn ihr Lust habt. Ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Tutorial. Und bis dahin viel Spaß und ciao.